Aber was, wenn man nun zu den Menschen gehört, die nicht gerade als Redetalent auf die Welt gekommen sind? Können Sie da ein paar Tipps geben? Es ist für jeden Anfänger in Sachen Smalltalk entscheidend, es sich selbst nicht zu schwer zu machen. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Anspruch, ich muss unbedingt etwas Witziges sagen, in ein Gespräch gehen, wird er schnell verkrampft. Setzen Sie sich selbst nicht unter Druck. Sie sollen ja keinen Smalltalk-Preis gewinnen, sondern einfach nur ein lockeres Gespräch führen. Und noch ein Punkt. Bevor Sie angestrengt versuchen, ein Thema zu finden, reden Sie einfach über etwas Offensichtliches. Wählen Sie ein naheliegendes Thema, das sich Ihnen sozusagen wie von selbst anbietet. Je länger Sie überlegen müssen, was das für ein Thema sein könnte, desto weiter gehen Sie weg von einer einfachen Lösung. Am besten reden Sie darüber, was Ihnen ohne Anstrengung einfällt. Das Wetter, werden jetzt viele sagen. Das Wetter ist immer ein gutes Thema, oder? Ja, warum nicht über das Wetter reden? Jeder tut es, jeden interessiert es und jeder kann mitreden. Auch wenn sich viele gerne über das Wetter als Gesprächsthema lustig machen. Dieser Tipp ist durchaus ernst gemeint. Über das Wetter zu reden, ist eine sichere Nummer. Vor allem, wenn einem einfach nichts Besseres einfällt. Aber mit allen, die man trifft, über das Wetter reden, da muss es doch noch mehr Themen geben. Der beste Anknüpfungspunkt für lockere Gespräche ist natürlich immer Ihr Gesprächspartner. Sie müssen tatsächlich nicht viel mehr tun, als sich für den anderen zu interessieren. Und schon finden Sie Gesprächsthemen im Überfluss. Fragen Sie zum Beispiel nach der beruflichen Tätigkeit Ihres Gegenübers. Besonders dann, wenn Sie von dem, was der andere tut, wenig oder keine Ahnung haben. Die meisten Menschen genießen es, wenn sich jemand mal wirklich dafür interessiert, was Sie jeden Tag tun. Dazu gehört übrigens auch das Thema Hobbys. Wenn Sie das Hobby Ihres Gesprächspartners interessiert, dann lassen Sie es sich erklären. Dabei ergibt sich eigentlich immer ausreichend Gesprächsstoff. Menschen, die eine Leidenschaft haben, lieben es, davon zu sprechen. Und das kann, wenn wir uns öffnen, wirklich interessant sein. Man soll gar nicht glauben, wie spannend etwas sein kann, von dem man vorher gar nichts wusste. Vor allem dann, wenn der Gesprächspartner mit Begeisterung davon berichtet. Probieren Sie es einfach einmal aus. Smalltalk ist nicht schwer. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, probieren Sie es aus und berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen in unserem Forum unter www.radio.com.